Dem schwer fassbaren Prinz Harry und Meghan Markle ist es gelungen, eine ihrer bisher beeindruckendsten Leistungen zu vollbringen, sie sind in ihrem opulenten Versteck in Montecito aus der Öffentlichkeit verschwunden. Da tritt Barry May auf den Plan, ein gewöhnlicher Nachbar, der unwissentlich zum Star dieses seltsamen Dramas geworden ist. Mays beiläufige Bemerkungen über den angeblichen Abschied des Paares von seinem 11 Millionen Dollar Anwesen haben eine gewisse Aufregung ausgelöst. Aber die wahre Geschichte scheint zu sein, wie wenig man tatsächlich von den Sussexes sieht. Ma, der einst in den Medien herum experimentierte und sich nun in der ungewollten Rolle des unbeholfenen Kommentators wiederfindet, behauptet, dass seine unschuldigen Beobachtungen über die Unsichtbarkeit von Harry und Meghan vollkommen übertrieben seien. Laut May hat sich seine einfache Herangehensweise an lokalen Klatsch in einen ausgewachsenen Skandal verwandelt, dank der Medien, die darauf aus sind, Unruhe zu stiften. Was hat May also eigentlich gesagt? Seine überraschende Entdeckung war, dass die Sussexes trotz ihres verschwenderischen Lebensstils selten in ihrer eigenen Nachbarschaft gesehen werden. Die lokalen Meinungen über das Paar sind gemischt, einige Leute mögen es, während andere die laufende Seifenoppe einfach satt haben. Doch anstatt die lokale Stimmung wiederzuspiegeln, wurden Maßäußerungen schnell von den Medien aufgegriffen, die Schlagzeilen machten, die darauf schließen ließen, dass die gesamte Gemeinde die Nase voll davon hatte. Richard Minnet-Aerdes, ein Gesellschaftskolumnist des Montezito-Journal, goss mit seiner Sicht auf die Situation Öl ins Feuer. Minnet-Aerdes wies darauf hin, dass es in Montezito, das für seinen Reichtum und seine prominenten Bewohner bekannt ist, seltsamerweise keine Sichtungen der Sussexes gibt. Laut Minnet-Aerdes leben in der Gegend zwar viele reiche und berühmte Persönlichkeiten, aber keiner von ihnen wird von den strengen Sicherheitskräften verfolgt, mit denen die Sussexes prahlen. Dies hat zu dem recht amüsanten Szenario geführt, bei dem die auffällige Abwesenheit des Paares auffälliger ist als seine Anwesenheit. Es scheint fast so, als hätten die Sussexes die Kunst gemeistert, trotz ihres hochkarätigen Staates und ihres großen Sicherheitsgefolges unsichtbar zu bleiben. Sichtungen von Harry und Meghan sind auf dieser Welt so selten wie ein Einhorn. Das ist merkwürdig, wenn man bedenkt, dass es in Südkalifornien ungefähr so häufig ist, ein berühmtes Gesicht zu sehen wie eine streunende Katze. Man würde erwarten, dass die Sussexes häufiger unterwegs sind. Einige spekulieren, dass die Abwesenheit des Paares Teil einer sorgfältig ausgearbeiteten Erzählung sein könnte. Es ist bekannt, dass die Sussexes ihre Sicherheit in der Öffentlichkeit zur Schau stellen, um eine Aura von Wichtigkeit und Relevanz zu erzeugen. Doch wenn es darum geht, sich tatsächlich unter die Einheimischen zu mischen oder einfach nur an einem örtlichen Geschäft gesehen zu werden, scheint das Paar ständig außer Sichtweite zu sein. Ihr Versuch, sich in die Montezito-Elite zu integrieren, scheint ein Flop zu sein. Die Sussexes, die offenbar dachten, dass ihr Schritt ihren Einfluss und Charme stärken würde, haben festgestellt, dass Reichtum allein keine Garantie für gesellschaftliche Akzeptanz ist. Der verschwenderische Lebensstil hat im Gegensatz zur Zurückhaltung gegenüber öffentlichen Auftritten zu einem wachsenden Gefühl der Distanzierung von der Gemeinschaft geführt. Und vergessen wir nicht den merkwürdigen Fall von Harrys Körperbau. Obwohl er angeblich einen Personaltrainer hat, scheint Harrys Fitnessplan ein wenig fraglich zu sein. Der Prinz ist nach wie vor besonders schlaff und außer Form, was die Frage aufwirft, ob seine Trainingseinheiten genauso wirkungslos sind wie seine Versuche, sich in die gesellschaftliche Szene von Montezito einzufügen. Bei einer Bevölkerung von 500.000 im Santa Barbara County, 99.000 in Santa Barbara und 9.000 in Montezito sowie Millionen von Touristen pro Jahr ist es verwirrend, dass niemand solide Beweise für das Alltagsleben der Sussexes zu haben scheint. Der offensichtliche Mangel an substanziellen Sichtungen spricht Bände.